Ja, ein herzliches Hallo hier aus Reutlingen. Mein Name ist Frank Christoph Schnitzler. Ich bin in Reutlingen Maler und Schauspieler und das Land Baden-Württemberg bietet mir erstens diese tolle Möglichkeit in tollen Filmen mitzuspielen. Im Moment drehen wir den ARD-Film Karl und Bertha Benz, wo die Hauptrolle die Felicitas Woll spielt. Ich spiele einen Kutschenkäufer. Es geht um die Geschichte, die Liebesgeschichte von Karl und Bertha Benz, dem Autobauer. Und es ist eine wunderschöne Verfilmung. Dies bietet mir alles Baden-Württemberg, auch als Maler tätig zu sein. Und deshalb schlage ich mich vor für das Gesicht des Landes, wobei ich das Gesicht für Land Baden-Württemberg natürlich euch überlasse. Und der Chérie, da möchte ich mich überhaupt nicht einmischen. Ansonsten wünsche ich der ganzen Geschichte hier noch einen schönen Verlauf. Und es hat mich sehr gefreut, hier bei SWR 3 wieder Gast zu sein. Vielen Dank.